Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich heute zu einem weiteren Konzert im Rahmen der Veranstaltungsreihe im Kursommer, Schloss Volkronach, willkommen heißen. Ich freue mich, dass trotz des niedrigen Wetters, dass es leider nicht schön macht, das Konzert im Karockgarten von Schloss Volkronach zu veranstalten. Dort eine Reihe von Liebhaberinnen und Liebhabern der Musik- und vor allem des Chorgesangs nach Volkronach gekommen sind. Und es erwartet Sie heute ein wunderbares Konzert des Sechreises Gesees in der Leitung von Jüringer Bauriedl. Das Sechreises gehört zum Bundegau-Heimatbund, einer traditionsreichen Kultureinrichtung aus dem Bundegau, 1952 gegründet, kann er in diesem Jahr sein 16-jähriges Bestehen feiern. ZECHREIS GESCHREIS 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 G Stimmt ein Stück an den Jogelsang, lasst eure Stimme verheben und hört dich auf zu singen. Stimmt ein Stück an den Jogelsang, lasst eure Stimme verheben, Stimmt ein Stück an den Jogelsang, lasst eure Stimme verheben, Stimmt ein Stück an den Jogelsang, lasst eure Stimme verheben, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020